Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und ich finde das eine sehr unterstützenswerte Veranstaltung und ich glaube, ich bin auch ein bisschen anders Viele Hindernisse sind in unseren Köpfen. Lasst uns sie beiseite schaffen, gemeinsam oder auch allein. Und wir sind es uns wirklich wert. Wir sind, wie wir sind und das ist gut so. Also ich glaube, wir leisten da einen wichtigen kulturpolitischen Beitrag für die Gesellschaft. Wir bringen immer sehr unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen zusammen. Mischen mit sogenannten Hochkultur, mit sogenannter Expertenkultur, mit sogenannter Laienkultur. Und alles hat seinen Raum, alles seinen Platz. Jeder konnte so sein, wie er ist. Ich glaube, das ist die Botschaft von Sommerblut. Wir nehmen jeden so, wie er ist und er kann so sein, wie er ist. Und wir verrenken uns nicht. Das hat man heute Nachmittag hier gemerkt. Und deshalb war es so entspannt und auch so offen und so schön. Und das hat man heute Nachmittag hier gemerkt.